Ein Auto mit echtem Coolness-Faktor. Ausgestattet ist der C-HR unter anderem mit einer Rückfahrkamera und einem Multimedia-Audiosystem. Auffallend sind die hinteren Türgriffe, die Toyota in der C-Säule versteckt hat. Der Kofferraum umfasst ein Ladevolumen von 1197 kubikzentimetern. Unser Testfahrzeug hat einfach den perfekten Flow, einen Vierzylinder-Benzinmotor sowie ein Sechsgang-Schaltgetriebe. Das Farb-Multifunktions-Display ist übersichtlich, einfach bedienbar und bietet vielfältige Unterhaltungsmöglichkeiten für die Wochenendtour mit Freunden. Um zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, ist der C-HR von Toyota mit einem Navigationssystem Toyota Touch2Go ausgestattet. Und wer dabei noch gemütlich telefonieren möchte, der nützt das integrierte Bluetooth-Freisprechsystem. Seine Optik polarisiert. Jung, dynamisch und frech. Toyota will eindeutig jünger werden. Deshalb setzt der Hersteller mit dem C-HR auf ein SUV-Coupé, das mit seinem sportlichen Design das Segment der kompakten Crossover neu interpretiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017